So, moin moin und damit willkommen zu einem kleinen Spezial. Ich möchte ganz gerne einmal mit euch das Auswürfeln eines Charakters bei der Schatten des Dämonenfürsten machen, da mir das in der Rezension zumindest gut gefallen hatte. Wir schauen einfach mal rein, wie das so funktioniert und ob uns das am Ende gefällt, was da rauskommt. Vielleicht steigern wir ihn dann sogar auf Stufe 3, damit er dann Lehrlingswart oder sowas bekommt. Und einfach mal reingucken. Wir fangen erstmal mit einem Charakter der Stufe 0 an. So, ich würde mich ganz gerne für einen Menschen entscheiden, denn unter einem Menschen können wir uns sicherlich was vorstellen. Da gucken wir einfach mal rein, was wir alles brauchen. So, viele Varianten. Startwert ist 10. Das können wir uns schon mal aufschreiben. Gewandtheit ist 10. Intelligenz ist also alles auf 10. Das ist das Durchschnitt. Ich entscheide dich für einen Attribut und erhöhe es um 1. Ja, dann mache ich das als erstes. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was es wird. Und ich werde einfach mal die Willenskraft von 10 auf 11 anheben. Das ist das Erste, was ich mache. So, das sind jetzt erstmal die Grundwerte Sprache und Berufe. Du sprichst die Gemeinsprache, du beherrschst eine weitere Sprache und einen Beruf deiner Wahl. Gucken wir uns gleich an. Menschen, Geselle, Stufe 4. Bin ich noch nicht. Ich bin aktuell noch Stufe 0. Das heißt, so wie meine jetzt aktuellen Attribute sind, so können sie bleiben. Meine Healing Rate ist dann, ja, meine Lebenspunkte geteilt durch 4. Und dann abgerundet sind 2,5. Abgerundet sind 2. Gut, jetzt wollen wir einfach mal den Hintergrund für einen Menschen auswürfeln. Dazu nehme ich mir einen W20. Und das ist die 13. Du bist viel gereist. Du sprichst eine zusätzliche Sprache. Ja, nehmen wir. Sehr schön. Sprachen müssen wir uns später nochmal aussuchen. Was ich da dann nehme. Vielleicht Orkische oder sowas. Persönlichkeit. 3 wie 6. Die schmeiße ich hier einfach mal rein. Die 7. Du kümmerst dich immer zuerst um dich selbst. Und du bist durchaus imstande, deine Freunde zu hintergehen. Oh, okay. Interessant. Religion. 3 wie 6. Auch da schauen wir uns nochmal an. 3 wie 6 genommen. 14. Du gehörst zu der Kirche des neuen Gottes. Na gut. Der neue Gott hatten wir uns hinten in der Rezension schon mal durchgelesen. Dass der so ein bisschen im Konflikt mit den anderen steht. Dazu dann später mehr Alter. 3 wie 6. Auch das machen wir. 15. Du bist ein erwachsener, mittleren Alter. Zwischen 36 und 55. Ich würde einfach mal sagen, ich nehme mir nochmal ein W20, um das genauer zu bestimmen. Das muss ich jetzt nicht machen. 19. Alles klar. Dann werde ich mich mal auf die 54 setzen. Beziehungsweise wir können sogar dann die 55 nehmen. Ja, also mit einem W20 einfach ziemlich hoch. Und dann können wir da einfach eine sehr hohe Zahl draus machen. Und wir nehmen das obere Ende. Das heißt, wir sind 55. Ich weiß jetzt natürlich, dass das mein Hintergrund ist. Aber noch nicht, was mein Beruf ist. Körperbau beim Menschen. Das ist dann die nächste Tabelle. Das sind wieder 3 wie 6. Schauen wir mal, wie mir das so ergangen ist. Du bist von durchschnittlichem Gewicht und durchschnittlicher Natur. Statue, genau. 3 wie 6 für das Aussehen. Auch das ist eine 10. Du bist von absolut durchschnittlichem Aussehen. Ja, danke für das Gespräch. Gut, dann die Goblins. Das müssen wir uns alles nicht mehr angucken. Wir brauchen jetzt einen Beruf. Gut, dann fangen wir an mit dem Startberuf. Du beginnst das Spiel mit 2 Berufen. Du kannst dir die Aussuchen oder die Würfel entscheiden lassen. Kommen die Würfel zu Einsatz, nutze die Tabelle Berufsarten weiter unter und folgen dir an Anweisungen. Ja, das ist das erste, was wir machen. 1 wie 6. Das ist die 6. Dann gehen wir auf die nächste Seite. Wildnis. Du lebst jenseits der Grenzen der Zivilisation. Würfel 1 wie 20, um deinen Beruf auf der Tabelle Wildnis zu bestimmen. Gut, Beruf 1 wie 20. Das ist mein erster Beruf. Die 17. Höhlenforscher. Ah, okay, gut. Dann waren wir mal Höhlenforscher. Mit 55 macht das natürlich auch Sinn, dass ich einen zweiten irgendwie schon gelernt habe. Ich bin religiös. Das wissen wir ja auch. Und dann schauen wir mal an, was wir so noch gemacht haben, nachdem wir Höhlen erforscht haben. Vermutlich haben wir da auch dann eine weitere Sprache gelernt. Wir brauchen dann weiteren W6, die 3. Wir sind kriminell. Du gehst einer ungesetzlichen Tätigkeit nach. Würfel mit dem W20 auf den Kriminellen. Gut, dann schade, dass das mit der Höhlenforscherei nicht ganz so geklappt hat. Die 2. Bettler. Wow, danke. Ja, dann sind wir jetzt ein Höhlenforscher. Vielleicht haben wir dann auch in der Höhle selbst gewohnt, weil wir in der Stadt dann flüchten mussten oder so und haben uns dann als Bettler in diese Höhlen zurückgezogen und dann den Beruf erlernt. Also, dass das eine erst war, dass wir erst Bettler waren und danach dann der Höhlenforscher. Berufe anpassen, ja, ein Beruf, der was beinhaltet. Und Ausrüstung können wir uns dann noch irgendwie suchen. Wir können unser Vermögen bestimmen. Und da haben wir schon gesagt, wie unser Lebensstil aussieht. Klar, wenn wir irgendwie Bettler mal sind oder zumindest fahren, dann macht das keinen Sinn. Aber wir gucken mal die 12. Dann sind wir anständig. Du verdienst genug, um all deine Ausgaben zu decken. Ja, genau. Wir waren Bettler, sind jetzt mittlerweile Höhlenforscher, nachdem wir uns dann da zurückgezogen haben. Und jetzt können wir mittlerweile davon anständig leben. Ja, ich glaube, so würde ich das interpretieren. Gut, dann schauen wir uns nochmal die interessanten Details an. Auch das ist erstmal ein W6. Die 4. Dann gucken wir auf Tabelle 4 weiter. Ein W20 für ein interessantes Detail. Ihr seht also, man kann sehr schnell durch die Tabellen fliegen. Eine Medaillon mit dem Porträt einer hässlichen Frau. Okay. Ja, das ist jetzt das, was ich bei mir habe. Vielleicht, also das werde ich nicht in der Höhle gefunden haben. Das ist, glaube ich, nicht sehr klug, dass ich sowas in der Höhle finde. Da findet man dann eher, ja, nicht Medaillons, sondern Höhlen, Bildnisse. Das werde ich sicherlich irgendwie beim Betteln mal bekommen haben. Das hat mir irgendjemand gegeben. Und seitdem trage ich es mit. Ich habe das irgendwie beim Höhle dann nicht umgesetzt, sondern trage es seitdem dabei. Und vielleicht wird das noch irgendwas mit den kommenden Abenteuern zu tun haben. Vielleicht finde ich sie ja noch oder finde dann eben auch noch die dazugehörige Dame. Ja, schauen wir einfach mal. Das war, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Genau, ich könnte jetzt hier noch ein paar Persönlichkeitsmerkmale aussuchen. Mache ich auch noch mal mit einem W20. 13, wir sind ehrlich, beziehungsweise egozentrisch. Gut, damit haben wir alles, was wir brauchen, um diesen Charakter dann zu spielen. Ja, ging doch relativ fix. Wir sind durch die Tabellen durchgeflogen. Wem jetzt das nicht passt, wer damit nicht spielen kann, der kann sich natürlich selbst was aussuchen. Aber ich finde das einfach sehr interessant, dass man hier dann diese Berufe so miteinander kombinieren kann und sich dann da eine Lösung suchen muss, wie das dann eben so gekommen ist. Ja, das ist die Charakterschaffung. Einfach mal demonstriert anhand meines Bettlers, der zum Höhlenforscher wurde und gemeinsam mit dem Medaillon dann Abenteuer erlebt. Ich bin sehr gespannt, wie das dann wird. Wir sind, wie gesagt, ein sehr durchschnittlicher Mensch vom Aussehen, von den Werten her. Ja, auch von meiner Statur her. Das war so ein kurzes Vorstellungsvideo, ein kurzes Spezial zu der Charakterschaffung der Schatten des Dämonenfürst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.